fahrt sagt wo bin ich hier nein andere richtung andere richtung mann ich habe ja ich habe ja eigentlich jetzt jeden ding noch alles passieren dass wenn ich jetzt die 2 davon hier einzeln ist doch ein bisschen doof aber ich war nicht unter mir schon gedacht verdammt so oder macht man das ding dann kaputt immer sagt mir ich treffe das ding nicht was ist das ding ist so scheiße ich treffe damit nie ich schieße das scheiß halt ja wieder belagerungs dinge mehr also langweilig von ort teil zu benutzen ich habe gesehen wir auseinandergegangen ist das doch nicht normal ich freue mich ja echt noch reizen in dem die extra so springen hat mich das aufregeln ist da da steht nirgendwo der steht nicht so stört hat man so manchmal nicht mehr ich hätte ein wenig ausschläger wie im 3d auch jeder schaut doch mal jetzt aus als wird mein turm noch ein bisschen halten keine ahnung keine ahnung ich habe auch genug sicher so belagerungs oder einer super sehr schön baut auf deine schlägt gleich voll ins wasser so ich glaube ja nein verdammt dadurch gesehen wie viele verlor ist aber ok ja jetzt haben wir noch höre jetzt möchte ich so hat renotsrost auch mal schießen er denkt sich nur auf kacke aber jetzt habe ich noch kraft 100 abzuschießen wieso habe ich nicht direkt auf die festung geschossen waren oh nein der tut jetzt auf den turm da ballern egal meine meine klamotten stehen ich war es auf das buch genaue gibt es doch nicht wow mein bier bergfried ist kaputt war ganz toll gemacht hier und dann ist auch noch kaputt aber es kommt die kack festung dran ich glaube ich da unten was bauen konnte ja super jetzt ich treffe mich jetzt voll in die festung nein es soweit und mitten da schade war glaube ich viel abgezogen turm zermalmend 450 ist krank war dafür ein schaden macht ja wir werden jetzt wehen wo weder kann auch kommt noch irgendwas er läuft gerade so gut mit dem ding schon die hälfte hp abgezogen habe da so ein loch reingebohrt mit rinauts ross hat jetzt tollen musuk massacra ein landen oder wenn man das ausspricht aber zielst du erwähnt ist auf den einen bergfrieden fest und du drecksack wie kannst du es wagen steh mal nicht mal ausgerechnet 1100 trappiert so wo bin ich denn hier kann ich darunter was bauen tatsächlich weil manche folgen muss ich habe noch ein reno zu haus her damit das war scheiße ach man da war zu wenig ich würde sagen das war eindeutig zu wenig ja wie spaß beim wiederaufbau sehr gut jetzt habe ich wieder gute laune gesagt hat mission von freunden eigentlich noch stehen eigentlich schon wieder wie sie sich direkt hat kleinste gebäude raussuchen er sagt das ist ein unterschied macht er anstatt die bedrohung feuerer haustür irgendwie kaputt frauen naja naja schön mein gegner zu zerstören das schön ja irgendwie spackt man kontrolle jetzt war in den dünn 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 der verkommen der fahrt und den teil treffe ich sowieso nicht aber so mal noch mal noch eines und da gedacht ich dachte ich werde aufgesoffen da sind noch drei übrig oder zwei war noch fünf oder egal ich war ganz vergauen mann oder der nächsten tun einer spacken wie woanders bau ich schieß mal auf meine burg die dreckers und ich bin so gedacht ich glaube da ist ein bisschen gefährlich die frauen sind ich liebe es wenn ich auch ganz sein kann immer näher immer näher immer näher immer näher ja jetzt sind wir nur noch 20 hi na hin schon mal ein rhinozeros to the face bekommen ich glaube ich muss so ein massaker einballern das ist echt so wie traurig dasselbe ich echt hier direkt so ein gebäude entfernt so vor den treffen kann anständig aber zum teufel ja komm ich werde den part sowieso ein paar parts hier splitten deswegen ich habe einen jetpack nee das hat nichts mehr da hinten egal soll ich denn da rüber kommen hallo da sind noch alle wo schien schon wieder der immer so die von der orm generation dran ich glaube jetzt treffe ich da teil heiler heiler ich töre dich bg's oh amt warte mongol boss hat es verdient heilig also jetzt weiß ich nicht mal weiß nicht wie viel hat hatte ich weiter unterhören ist da willst du jetzt reißen egal kann alles passieren als typ irgendwie noch so ein atomarm oder so wo die farbe mit hat irgendwie komisch aus die dinge so gelblich aus wirklich danach kommt jetzt nicht noch irgendwas weil dann habe ich keine gebäude wenn ich bauen kann aber ich kann da jetzt brauchen okay bei 1 so ein zweiter schütze und so als ding weg ja und gott schreit mutig voran dann 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 ich verstehe nicht warum die keine einzigen fortsetzungen von worms ford gebracht haben irgendwie so durch voll geile spielmechanik weil so ein bisschen neue mechaniken waffen und so größere level grafiken und so bei grafiken ändern ja natürlich was am spielmechaniken ja er hat wird noch bringen wenn ich jetzt irgendwo unterfall er wirst noch was ich meine hilfe ich mache es ja nicht so spannend kollege wie auch immer du jetzt bist man jetzt so weg der schießt so jetzt zwei momenter balliste anschließen und weg bis sag und sag fantastisch dann würde ich mal sagen ciao bei bei das habe ich gehört was ich bin sicher wenn der kaiser hier wäre oder sagen eine über alle maßen hervorragende leistung eine über alle maße hervorragende leistung oh man wer schreibt eigentlich unseren unsinn diesen unsinn ehrlich tut mir leid ich hatte gerade einen freien tag normalerweise bin ich viel besser das wird schießt ehrlich regen sie sich doch nicht so auf ich schreibe da mal die tolle geschichte da war ein mann der hatte einen hund der unnötigen boden gefallen erwart ein wagen sie es wird noch besser gold 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 wie selber speichern so haben wir die dritte mission der orientalen geschichte aber beschlossen orientalische flagge beim nächsten mal sind wir dann aufstieg niederung aufstieg des bundes was das machen wir dann aber würde ich sagen in der nächsten folge von let's play warms forts unter belagung ich bleibe mich alle jetzt zu schott und sage tschüss bis zur nächsten folge